Wir wurden ursprünglich kontaktiert, dass sie Motive in Österreich suchen und sie haben gewisse Vorstellungen von Motiven gehabt und voran war eine Anforderung, modernste Architektur auf einem Berggipfel. Das ist natürlich eine Herausforderung und wir waren glücklich, dass wir den Sölden den Ice Cube gefunden haben und der ist ihnen sofort ins Auge gesprungen, sofort ans Herz gewachsen und das war's. Damit war das Eis im wahrsten Sinn des Wortes gebrochen. Na gut, also gratuliere euch, ihr seid ein kleines schlagkräftiges Ding. Es ist natürlich verständlich, dass sie jetzt vom Inhalt nicht wollen. So zack, schmuggeln wir, das wird schluss. Ja, bravo. Ja, bravo. Da. 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 Vielen Dank.